Kein Stress. Warum hast du so einen geilen Hut auf? Weiß ich nicht, weil ich Detective bin. Hast du die Kamera, Manu, oder was? Nein, ich bin ja. Alles gut, alles gut. Das muss doch reichen als Beweis, oder nicht? Das ist Manu, das ist Manu. Manu, warum bist du? Wer ist denn jetzt hier Detective? An wen kann ich mich wenden in meiner Not? Holly, Holly, Holly ist Detective. Ich bin Detective. Ich bin der Schrecktiff. Sgt. Max war, glaube ich, gerade im Traitor-Shop. Ja, glaube ich auch. Nein, nein, ich krieg hier neben mein Handy bei mir die ganze Zeit. Ja, ohne Scheiß. Klingt sehr wahrscheinlich. Ey, da ist irgendjemand im Schacht. Wer hat er geschossen? Ich hab geschossen. Weil ich den Monitor abgeschossen hab. Ich wollte ihn kaputt machen. Sorry. Vandalismus liegt mir im Blut. Irgendwie hab ich Angst vor Quantum, der zielt immer so. Natürlich muss ich auf dich zielen. Oh, hallo. Oh, das ist immer wieder witzig. Machst du das immer, wenn ich jemanden hab begrüßt? Oh, ich hab mich getroffen. Das war peinlich. Hallo. Ich hör nur so, oh. Hallo. Da hab ich auch keine Waffen in der Hand. Na gut. Ach, du verlierst doch die Waffen. Sehr schön. Ne, ne, ne. Ne, nur kurz. Ach so. Der hat man automatisch wieder danach. Ach ja. Kannst du, kann man die Waffen von jemandem nehmen? Detektiv, mach jetzt irgendwas. Quantum? Ja bitte? Was denn? Warum standst du da grad so lange rum jetzt? Ich renne die ganze Zeit hier rum. Wieso diese Lügen aus deinem Mund? Aus deinem dreckigen Mund? Wer wurde hier? Holly wurde... Manu. Hä, Manu? Manu? Holly was a traitor. Falschschaden, Falschschaden. Das ist ne Fakeleiche. Manu ist es immer noch. Er ist wahrscheinlich als irgendjemand getarnt. Sgt. Max rede. Ja, alles gut, alles gut. Quantum rede. Ja, alles gut. Der grüne Balken hier links unten, wo Innocent da oben steht. Genau. Also Manu lebt immer noch, ist Fallschaden gewesen. Okay. Oh nein! Okay, Achtung, Achtung, Quantum hier vorne bei der Treppe. Ey, das war Fallschaden. Hast du jetzt gerade geschossen? Natürlich! Natürlich! Habe ich einen Unschuldigen getötet. Shit! Das war ein kleines Missverständnis. Ich hab nur ne... Bist du Traitor? Ich hab nur ne... Ey, wie geil war das denn bitte? Hast du denn aufgeslampt? Vor allem wie ich hetzen musste, das ist so kacke. Der Siebener Slot ist einfach mit viel zu vielen Sachen belegt. Ich hab ne Smoke Grenade hingeworfen. Dann habe ich meine Fake Leiche hingeworfen. Komm her, Manu. Dann muss ich in den Shop gehen und ne Bombe kaufen, die dann... In der Leiche platziert wurde. Holli geht hin. Boom. Hört sich. Slamception, Guys. Double Slam. Double Slam. War mir das cool. Alter, wieso sind hier keine Pumpkans? Immer nur diese blöden MPP. Granater! Nicht nach oben! Nicht nach oben! Nicht nach oben! Nein, nicht dahin! Boah, Alter! Wahnsinn! Permanent unschuldig! Da schießt er! In der Küche jemand. Ich versuchte ein Fenster kaputt zu machen. Geht aber nicht. Wer ist hier bei mir? Wer ist hier bei der Detective? Ja. Hast du das hingeschmissen, Manu? Ja! Ich hab's auch angekündigt. Alles gut, alles gut. Hab ich nur gesehen. Geh hoch, geh weiter. Warum stehst du da einfach so rum? Mann, ich komm ja nicht hoch. Was soll das? Oh Gott! Nein, 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 Mann. Holly, wir wollen da nicht hoch. Da ist ne Explosionsfass. Okay, dann gehen wir nicht hoch. Hey, was geht? Was passiert? Ich hasse Fenster. Das sah aus, als würdest du auf mich ziehen. Alter, Zombie. Und hast nur daneben geschossen. Kajin Max, bitte gehen sie weiter. Ja, ich suche ne andere. Maudado? Nee, kann doch nicht das. Ja, komm, spielen! Nee, gibt's nichts zu sehen. Hä, wieso werden du ständig meine Waffe weggenommen? Ja, meine auch. Komm, geh weg! Geh weg! Gib mir doch beide weg! Maudado, hey! Wo ist der Detective? Hast du noch das Combo? Wo ist der Detective? Nee, wer ist Detective? Hab ich noch eine? Der Detective will nicht bei allen Seiten. Ja, doch, doch! Okay, Maudado ist Detective. Oh nein, Maudado, geh weg! Geh weg, Mannu, Mannu, Mannu! Geh weg! Geh weg, Mannu! Mannu! Geh weg! Oh, Mannu ist das! 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 Wieso? Ich tu dir nichts! Ich bin Hilfs-Sheriff! Ich möchte Hilfs-Sheriff werden! Boah, das fällt durcheinander nicht alles. Ja, Panik! Ich bin richtig Raid gerade hier. Ich tu nichts! Ich höre es hier! Hi! Was ist das? Okay, okay, okay! Geht mir Sachen! Ich helfe euch! Ich unterstütze euch! Ich like euch! Ja, ja, ja! Gib mir die Traitor-Waffe! Ich beschütze den Detektiv! Schauten, Max! Schauten, Max! Da hat jemand ein Radio! Nee, oh shit! Das ist glaube ich kein Radio! Phantom? Ja? Ich habe langsam Angst! Ich möchte Hilfs-Sheriff-Sheriff und ich werde dir zeigen, dass wir ein Team sind! Ist dem so? Was mit mir? Wo ist er denn jetzt hin? Wieso darf ich nicht mitmachen? Wo ist er denn jetzt hin? Ist er tot? Hey, ist Modano tot? Nein, nein, er lebt. Okay, Quantum, es leben nur noch zwei andere. Wenn du Inno bist, musst du jetzt alle außerhalb nicht erschießen, die du bist. Ich hätte dich doch schon längst töten können! Ja, erschieß dann die anderen zwei, die noch leben, okay? Ich auch mit dir! Schau in den Gang! Schau in den Gang! Es leben nur noch drei! Ja, 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 ja! Alles andere wird getötet! Hier ist nämlich Sinn und die Granate, die raucht den hier! Ja, du musst nicht zu mir hingucken! Ich guck dich nicht an! Ganz ruhig, ganz ruhig! Nicht nervös! Guck mich nicht an! Oh Gott! Ich guck dich nicht an! Ich deck doch nur deinen Rücken! Ja, richtig! Nein, ich deck auch gleichzeitig deinen Rücken! Da ist einer! Warte! Versteckt sich hier in dem kleinen Schacht! Ja, die haben wahrscheinlich eine Bombe gelegt irgendwo und warten jetzt nur noch! Okay, wir rücken vor, wir rücken vor! Da vorne rechts war er drinnen! Warte! Hast du jemanden getötet? Dann geh vor und guck mal! Guck mal in den Schacht! Da vorne ist er doch! Wieso muss ich vorgehen? Du musst doch ein Vorbild sein als Detektiv! Jetzt geh endlich vor! Verdammt, ist das weh! Ich hab nicht! Ist ne Falle! Ich muss mich! Oh Gott, ich hab nur noch ein bisschen! Ich bin jetzt nicht gut! Detektiv! Einer hat nen E-Coil geholt! Oh ja! Alter, das war richtig knapp! Mordano hat die Lage geklärt! Ja! Ich sah da keiner vorne! Warum mach ich vor? Warum soll ich dich nicht ankommen? Ja! Du hast zu mir geguckt und da war nix! Da kann ja auch keiner kommen, oder? Ja klar kann da keiner kommen! Ah! Mann ey! Boah! Was is'n dat ey! Wie's aber voll in Panikmache endet! Ich hätte vom Dach runter zum Fenster springen müssen und dann vom Fenster aus töten! Ja! Ja und auch geil! Ich biete mich an, sag hey ich helfe euch Traitor! Und dann werd ich direkt getötet! Also von nem Traitor! Das ist so krank! Wollt ihr einfach helfen und du lässt mich nicht! Zusammen hätten wir das geschafft! Ach! Quantum, das war eine schöne Runde! Hast du gut gemacht! Endlich hab ich mich bei jemandem sicher gefühlt! Auch wenn ich mich die ganze Zeit verdächtigt hab! Mein heutiger Zeit, warum soll ich vorgehen? Warum soll ich vorgehen? Warum soll ich vorgehen? Acht! Endlich kann Mordano eine Folge hochladen! Zombie? Hä? Sagt Hobi! Oh, wieder Inno! Mann! Okay! Einer ist an der Explosion gestorben! Was ist denn jetzt? Was geht denn ab? Einer tot! Und hier ist glaube ich noch einer tot! Ja, der Detective ist tot! Äh, Inno, Inno! Ich bin Inno! Der eine, der von euch Inno ist, kann die anderen beiden töten! Danke! Hä? Ihr schießt einfach! Oh Gott! Quantum! Da ist Quantum! Ich hab doch niemanden! Zombie! Wer ist denn jetzt noch? Erstmal Ruhe! Ja, es nehmen noch genug! Bist du Inno? Bist du Detective? Ist du Traitor? Ich bin Traitor! Echt? War noch gelobt! Wo? Hahaha! Der steht auf einmal in mir! Ich bin voller Schocken! Ich dachte, du bist vielleicht doch unten! Nee, ich wusste ja, dass du Traitor bist! Ja, ja, schon klar! Hast du mich jetzt oben nicht gesehen? Dann sind wir im Kreis gelaufen! Hä? Ich bin aber von euch in der Explosion so hart gestorben! Hä? Wie ist denn hier so schnell gestorben? Der hat sich dann in dem Gang bei einem Explosionsfall! Ich hab einfach raufgeschossen! Hollio und Sardisch Max waren glaube ich tot! Direkt tot! Einfach tot!